Hallo da draußen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns bei Back in die TV hier über dem Kiez wieder eingeschaltet habt, über Müller-Meyer-Schulze. Und hierher gefunden. Na, ist es der Pott oder ist es so am Rande? Ist es, oder? Na ja, immerhin. Ist noch gut drin. Ist noch gut drin. Ja, Vorstellkinder. So, jetzt haben wir auch mal einen Namen dazu gesagt. Hallo. Hallo. Sollt ihr da sein. Ja, wir freuen uns auch. Ja, ihr wollt spielen. Wir wollen spielen. Was wird's? Schweigen wird's. Schweigen wird's? Ja. Ja, dann. Komm los. Viel Spaß. Danke. Ich erinnere mich verschwommen, daran, dass das Licht ausfiel. Du hast meine Hand genommen und warst ansonsten ziemlich still. Und XXX haben grad gespielt. Irgendwo am Rand der Stadt. Und das, was ich jetzt von dir will, hätt ich dir nur zu gern gesagt. Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Denn es fällt mir doch schon schwer, mich in dem Moment zu fragen, wie es denn mit uns so wehr? Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Denn es ist schon schwer genug, diese Stille zu ertragen. Du glaubst nicht, wie wir das tun. Du glaubst nicht, wie wir das tun. Und sie schweigen weiter. Auf dem Weg zu dir nach Hause bleiben wir noch einmal stehen. Und in dieser kurzen Pause hast du mich dann angesehen. Endlich sind wir angekommen und stehen vor deiner Tür. Du hast meine Hand genommen und sagtest, komm doch mit zu mir. Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Denn ich hätte nicht gedacht, was ohne Regen, ohne Fragen dieses Schweigen mit uns macht. Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Schweigen doch viel besser ist. Anstatt Worten nach zu jagen, hab ich dich einfach gegrüßt. Und sie schweigen weiter. Und sie schweigen weiter. Und sie schweigen weiter. Und sie steigen weiter Ja, schön, dann dürft ihr hier im Endeffekt nicht beschweren, wenn das Bild dann nicht so richtig ist. Ist doch alles krank. Ja, ja, schön. Klasse. Ihr seid CC-lizenziert. Genau. Das heißt, wir können alle mit euren Songs machen, was immer wir wollen, oder wie? Nein, was immer ihr wollt, könnt ihr nicht damit machen, aber es ist eine freie Lizenz. Und ihr könnt das runterladen und spielen und weiter verteilen und ihr könnt es auch kammern oder bearbeiten als Sempel irgendwo einmachen. Das einzige, was ihr nicht damit dürft, ist reich werden. Das heißt, wir haben die kommerziellen Nutzer. Ja, da musst du dir bei uns auch keine Sorgen haben. Ja, aber bei Coca-Cola muss ich mir vielleicht schon Sorgen machen, deshalb haben wir das gemacht. Das stimmt. Das ist wahr. Wo kann man denn eure Musik runterladen? Unter welcher Seite? Ja, auf Marspace natürlich. Wir alle haben ja auch eine Marspace-Seite. Vorstadtkinder oder vorstadtkinder.net. Da gibt es alles kostenlos und in voller Länge und in super Qualität. Das ist die richtige Einstellung. Da braucht man mehr von. Gratis Musik im Netz. Sehr schön. Ja, danke dafür. Danke, dass ihr kommen wolltet. Ja. Duft. 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 Danke, dass ihr kommen wolltet. Danke, dass ihr hier wart. Ja. Jetzt haben wir uns lang genug bedankt. Wir sagen mal euch draußen nochmal Dankeschön, dass ihr zugeguckt habt. Ja, und danke, dass ihr zugeguckt habt. Und wir würden auch morgen nochmal Danke sagen, wenn ihr da wieder zuschauen würdet. Da sind wir auf jeden Fall wieder hier, egal ob ihr es macht oder nicht. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.